ähm ich mach ja nix ähm äh ich hier wieder mit ähm irgendwas Tutorial ich weiß grad nicht ähm ich hab gesehen dass der Raketenspammer irgendwie nicht bei eigentlich bei keinem funktioniert und deshalb mach ich jetzt halt nochmal ein Video über einen anderen Spammer und zwar fliegen die Raketen jetzt nicht so eigentlich sollten die das ja dass sie halt Leute verfolgen aber hierbei ist das jetzt einfach nochmal ein neuer Chip der Leute halt gar nicht verfolgt sondern die fliegen einfach nur geradeaus und das ist eigentlich auch nicht so kacke ne und das macht auch relativ Spaß ey mach mal so dass ich irgendwie Leute töten kann ok weil äh Razorpunch der muss man heute mal ein bisschen sterben wie da so ne ganz ganz schnell ok ich glaub ich fahr mal mit dem Ding zusammen ok also ihr braucht dann halt gut dass die nicht laut sind also ihr braucht dann halt ein Jeep ähm und dann braucht ihr halt die Rakete und ihr braucht dann halt auch den E2 Chip übrigens ihr müsst nicht unbedingt irgendwie so in Data reingehen bei den Wire Ordner sondern ihr könnt einfach den Editor öffnen und das dann halt einfach rein kopieren ich glaub ich add hier noch nen Namen ach komm schon ey ach komm schon ey schwule Tastatur Name äh äh Raketen Spammer der auch funkt bei B ok irgendwie sowas schreibe ich da hin und das ach nein ey ey was ist hier los bei dem Spiel spielt hier fast ab und hör mal auf hier alles grün zu färben ok nehmt dann euren grünen Buggy äh hab ich das gerade laut gesagt kacke ja klar schon die ganze Zeit nur ihr nervt irgendwie bisschen ok also ja tut sich gar nicht oh halt's Maul ok ok nehmt dann halt euren grünen Buggy ihr versucht irgendwie die beiden hier müsst ihr noch zum Spawner machen glaube ich prop Spawner und dann äh weldet ihr die zusammen da fuck ach Gott ey können das mal irgendwie lassen ok also ihr nehmt dann halt diesen Etude Chip und klebt den da drauf so ne so irgendwie so vorne an der Seite oder vorne dann nehmt ihr einen Advanced Pod Controller also ich glaube ihr wisst eigentlich schon wie das Ding gebaut wird ne eigentlich genau so wie der andere halt nur mit einem anderen Chip ihr nehmt Spawn zum äh Advanced Pod Controller Maus 1 Missile 1 zum Props Dingens unfreezen so und wenn ihr das dann so hinstellt aber auch nur so hinstellt ähm dann könnt ihr da reinsteigen und dann dann sollten die ganz witzig durch die Gegend fliegen und ihr könnt halt alle töten wow das ist cool ähm also ihr könnt ruhig reden ne lalalalalalala aber scheiße warum hab ich das nur gesagt ähm ähm ja toll ne ich mach mal kurz Werbung für für ähm für den Server ne hier ist die geiler IP nochmal eingeblendet wuuu total mit äh Sony Vegas so grafisch dargestellt ne so richtig geil bäh kommt jetzt alter ja hättest du das nicht ein bisschen anders schreiben können haha wieso auch nix ähm 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 okay ich glaub wir haben alle geschnallt dass das hier ein ganz toller Server ist und dass ihr alle ganz toll waffeln mögt ähm und das ist jetzt auch und das ist jetzt auch Ende